Wir haben jetzt hier viel noch mal in der Bette. Sie haben nichts wahnsinnig gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie nicht mehr kommen. Und? Weserin, Hanna? Mittelfeld. Glocke! 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 Heißt du, hat Sie gereicht? żon? Können wir nicht mehr mit rein? Glocke! Hanna, starke drin! Ich war am Anfang die Strecke, die da ganz lang nach vorne geht, ne? Ja. Da war ich Erster. Ich hab vergessen, dass du nochmal hier rumgehst. Wie beim Bahnpokal. Ach so, und dann hast du keine Power mehr gehabt? Ich war schon gezungen. Trotzdem war es stark gefahren. Ja, das ist toll. Wir sind auch da hinten auf dem Flugplatz. Ganz wiesig gefahren. Da bin ich mitgekommen. Was bist du? Da hinten auf dem Flugplatz. Es geht ja nicht mehr die Strecke, sondern so eine Platte. Und was ist da? Da sind wir alle schön wiesig gefahren. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Seid toll gefahren. Du kommst hier ins Ziel, dann redest du vom Essen? Was ist denn bei dir ein richtiges Essen? Salat kriegst du. Oh nee. Nein. Steak mit Katasteln. Oh, mir hat der Rücken total gezogen. Ja. Ich habe versucht, so zu sitzen. Ich hätte die ganze Zeit unten angefasst. Das ist ein starker Rückenproblem. Das hat sich von anderen Rücken nicht von gern gemacht. Du, manchmal ist es ja nur ein, zwei Zentimeter. Da kannst du auch nur fummeln. Da denkst du, wie oft wir den Sattel jeden Frühjahr, wenn ich aufs Rad steige, stelle ich mir erst mal wieder nach oben, nach unten, Lenker ein bisschen. Aber ich finde, zwei Runden haben gereicht. Nicht mal geschafft. Ich gehe.